Da sind wir wieder aus der Hermannstraße 141 und jetzt ein Nachtragsvideo zur Cheap Guitars CanFly Edition. Ich habe diese Partcaster jetzt mit einem Tremolo-Haken versehen. Also extreme Dive Forms würden dann die Dive Formen aus der Cheap Guitars CanFly Edition. wahrscheinlich eher zur Verstimmung führen. . 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